Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und auch Salvetespectatores zu einem kurzen Infovideo von mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sehen hier gerade eine Schlacht von Total War Pharaoh und darum soll es auch heute gehen und zwar am 11.10. ist Release dieses Spiels. Und aus diesem Anlass werde ich einen Livestream veranstalten an dem Abend um 21 Uhr twitch.tv slash Günther Shadow. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich habe mir gedacht, wir machen zusammen ein Online-Live-Multiplayer-Battle bzw. ein Community-Multiplayer-Battle, wo ihr gegen mich spielen könnt oder mit mir zusammen gegen andere Leute, die ihr kennt. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, der Nexus versucht es einzurichten, der Gaius Julius Caesar möchte dabei sein, der Strategie-Ecke und natürlich auch der Mr. Mörb. Der ist an diesem Tag bereits schon vorher online und wird dann nachher um 21 Uhr mit seinen Mörblingen zu mir rüber raiden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Ich habe deswegen eine Tabelle, so eine kleine Abfrage hier angehängt, wo ihr euch eintragen könnt. Auch da den Link dazu, das ist so ein ganz normales Google-Formular, den Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung auch hier unten. Schaut am besten jetzt gleich direkt mal rein. Ihr könnt euch dafür anmelden, damit ich halt auch weiß, ob ihr mit mir auf dem Discord oder mit uns auf dem Discord reden wollt und damit ich weiß, wo ich euch finden kann. Also es könnte halt dann eben sein, dass ich euch dann kontaktieren muss, um euch in das Spiel einladen zu können oder ähnliches. Und da braucht man halt einfach so ein paar Infos. Sonst finde ich euch nicht. Die Sache ist halt die, ich möchte nicht, dass das an dem Abend nur darauf hinausläuft, dass halt ohnehin die Leute gegeneinander spielen, die sowieso schon gegeneinander spielen oder die sowieso schon immer Content für euch produzieren. Es ist aber vielleicht ganz spannend für euch, wenn ihr das Spiel bereits besitzt, da reinzuschauen und da mitzumachen. Ich werde auch ein paar Giveaways organisieren und freue mich da auf jeden Fall darüber, wenn ihr auch deshalb vorbeischaut. Das muss ich noch ein bisschen planen, das ist noch so ein bisschen im Schwange. Da gibt es dann genauere Infos dann am entsprechenden Abend. Und ich hoffe mal einfach, dass ein paar von euch Lust haben, sich mit uns zu prügeln. Ich fände es auf jeden Fall total cool. Ich glaube, Total War of Hero hat, was das angeht, Potenzial, weil die Einheiten oder das Einheiten-Balancing eigentlich ganz gut wirkt. Und abschließende Bewertung kann ich natürlich noch nicht abgeben, weil das Spiel noch nicht erschienen ist. Da gibt es ein Review-Video von mir am 10.10. Da gibt es meine ausführliche Bewertung. Und das war es auch erstmal von meiner Seite. Schaut bitte nochmal in die Videobeschreibung, da ist der Link zur in Anführungszeichen Anmeldung. Ja, also für euch entstehen da keine Kosten. Es gibt auch keine Pflichten da für euch. Dieses Formular dient ja wirklich nur dazu, dass ich euch kontaktieren kann, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock, ich möchte da gerne mitmachen, dass ich mit euch Kontakt aufnehmen kann. Ja, und ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute. Wir sehen uns dann hoffentlich spätestens am 11.10. 21 Uhr, twitch.tv slash Günther Shadow. Und bis dahin sage ich, macht's gut und Pax, Wobiskum, Valete. Der feindliche General ist gefallen.